Damit ein System auch das macht, was es machen soll, müssen intern viele Objekte miteinander kommunizieren und auch die Nutzer bzw. Nutzerinnen müssen mit den Objekten interagieren. All diese Interaktionen können mit Hilfe der Interaktionsdiagramme dargestellt werden. Das bekannteste Interaktionsdiagramm der UML ist das Sequenzdiagramm, das wir nun gemeinsam erarbeiten wollen. Beim Sequenzdiagramm sowie auch allen anderen Interaktionsdiagrammen geht es, wie der Name schon sagt, vornehmlich um Interaktionen. Durch Interaktionen erreiche ich ein Zusammenspiel mehrerer Kommunikationspartnerinnen. Und wenn ich Kommunikationspartnerinnen sage, meine ich damit nicht notwendigerweise Personen, sondern vor allem Objekte. Durch den Austausch von Nachrichten oder Daten interagieren diese Kommunikationspartnerinnen miteinander. Eine einzelne Interaktion ist entweder ein Signal oder ein Operationsaufruf. Wenn ein Signal von einer Kommunikationspartnerin an eine andere gesendet wird, handelt es sich um eine asynchrone Kommunikation. Wird eine Interaktion über einen Operationsaufruf realisiert, so gibt üblicherweise die aufgerufene Kommunikationspartnerin eine Antwort zurück. Und so lange wartet auch die aufrufende Kommunikationspartnerin. Dementsprechend haben wir hier eine synchrone Kommunikation. Zusätzlich wollen wir in unseren Interaktionsdiagrammen auch Möglichkeiten der Steuerung haben und haben dafür natürlich auch Steuerungselemente, die wir aus Programmiersprachen kennen, wie beispielsweise Schleifen oder IF-Bedingungen. Zusätzlich wollen wir auch die Möglichkeit schaffen, dass wir ein Signal, einen Operationsaufruf immer zu einer gewissen Uhrzeit oder einem gewissen Datum starten, beziehungsweise auch nach einem gewissen Zeitablauf. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit von Zeitereignissen. Interaktionsdiagramme zeigen also, wie verschiedene Kommunikationspartnerinnen über den Austausch von Nachrichten miteinander interagieren, um einen gewissen Kontext zu realisieren. So ein Kontext könnte eine bestimmte Funktion oder ein bestimmter Anwendungsfall sein. Zur Beschreibung von solchen Kommunikationssituationen benötige ich die Kommunikationspartnerinnen selbst, deren Lebenslinien, die Interaktionen, die durch Nachrichten dargestellt werden und schließlich auch noch Steuerungselemente zur Beschreibung der Flusskontrolle. In UML kennen wir vier verschiedene Typen von Interaktionsdiagrammen. Alle vier basieren auf sehr, sehr ähnlichen Konzepten. Jedoch betonen sie unterschiedliche Aspekte, weil sie unterschiedliche Anforderungen haben. Für eine einfache Interaktion sind sie semantisch äquivalent, aber sie haben jeweils einen unterschiedlichen Fokus. Das erste Interaktionsdiagramm, das wir vorstellen, ist das Sequenzdiagramm. Es zeigt den zeitlichen und logischen Nachrichtenfluss. Das Sequenzdiagramm ist das mit Abstand am häufigsten verwendete Interaktionsdiagramm. Daher wollen wir es später auch noch näher behandeln. Es dient jedenfalls zur Veranschaulichung der Interaktionen zwischen verschiedenen Interaktionsdiagrammen. Die Vertikale modelliert die Zeitachse. Das bedeutet, es ist von Bedeutung, in welcher Reihenfolge die Interaktionen ausgeführt werden. Zusätzlich stellt das Sequenzdiagramm auch noch Strukturen zur Verfügung, um komplexe Abläufe zu modellieren. Das zweite Interaktionsdiagramm ist das Kommunikationsdiagramm. Es zielt vorwiegend auf die Beziehungen zwischen den Interaktionspartnerinnen ab. Das heißt, es ist von Bedeutung, wer mit wem kommuniziert. Die Zeit ist hier keine eigene Dimension. Ich kann die zeitliche Reihenfolge nur durch die Angabe von Zahlen in Form einer Dezimalklassifikation angeben. Auch stellt mir das Kommunikationsdiagramm keine Strukturen für komplexe Abläufe zur Verfügung, sondern das Kommunikationsdiagramm ermöglicht nur die Modellierung von einfachen Interaktionen. Die dritte Form des Interaktionsdiagramms, das wir behandeln, ist das Zeitdiagramm. Es modelliert nicht nur die Zeit, sondern insbesondere auch die Zustandsänderungen bei den Objekten bzw. Interaktionspartnerinnen aufgrund von Interaktionen oder Zeitereignissen. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Die Studierende meldet sich am E-Learning-System an und wenn der Login erfolgreich war, so passiert eine Zustandsänderung beim Interaktionspartner, Partnerin, Student, nämlich er wechselt den Zustand von Loged-Out in Loged-In. Das letzte Interaktionsdiagramm, das wir kurz vorstellen, ist das Interaktionsübersichtsdiagramm. Es ist sozusagen eine Mischform zwischen einem Aktivitätsdiagramm und einem Sequenzdiagramm. Grundsätzlich werden die Strukturen vom Aktivitätsdiagramm verwendet. Doch was in einem Aktivitätsdiagramm eine einzelne Aktivität ist, wird hier durch ein selbstständiges Sequenzdiagramm beschrieben. Dementsprechend stellt das Interaktionsübersichtsdiagramm die Abläufe zwischen den einzelnen Interaktionen mit Hilfe von Konzepten des Aktivitätsdiagramms dar. Was modelliere ich also mit Interaktionsdiagrammen? Die erste Möglichkeit auf einem sehr abstrakten Niveau zu Beginn der Modellierung, zu Beginn des Programmentwurfs wäre die Interaktion eines Systems mit seiner Umwelt. Da modelliere ich nicht das System selbst, sondern zeige auf, wie die Nutzerinnen mit diesem zu entwickelnden System interagieren. Oder wenn unser zu entwickelndes System mit anderen Systemen interagiert, zeige ich dies ebenfalls auf. Sehr oft wird ein Interaktionsdiagramm dazu verwendet, um die Realisierung eines Anwendungsfalles aufzuzeigen. Das Konzept des Anwendungsfalles werden wir noch im Abschnitt zu den Anwendungsfalldiagrammen näher beleuchten. Wenn ich einen Anwendungsfall realisieren möchte, zeige ich auch das Zusammenspiel der internen Strukturen auf. Also der internen Strukturen einer Klasse, einer Komponente oder einer Kollaboration von mehreren Objekten von verschiedenen Klassen. Das heißt, ich zeige auf, wie ein Objekt Operationen von sich selbst, aber meist von anderen Klassen aufruft. Sollten Schnittstellen explizit modelliert sein, kann ich auch das Zusammenspiel von angebotenen und benutzten Schnittstellen mittels Interaktionsdiagrammen beschreiben. Wir haben einen Überblick über die verschiedenen Arten von Interaktionsdiagrammen gewonnen und wissen, wofür man diese einsetzt. Unter den Interaktionsdiagrammen wird in der Praxis am häufigsten das Sequenzdiagramm verwendet. Und darum geht es in den folgenden Einheiten ausschließlich um das Sequenzdiagramm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017